Hallo, und willkommen bei einem weiteren Kalypso-Video. In diesem Video wird gezeigt, wie man seine Kalypso-Daten auf ein anderes iPad übertragen kann. Wir verwenden dafür iTunes auf deinem Computer und erstellen so gleichzeitig eine Datensicherung. Das ist iTunes auf meinem Computer. Ob du einen Mac oder einen PC hast, ist egal. Verbinde dein iPad über ein USB-Kabel mit deinem Computer und wähle es aus, um es anzuzeigen. Selektiere dann die Dateifreigabe. Danach wähle in der Liste der Apps deine Lieblings-App aus. In Kalypso In den Kalypso-Einstellungen schalten wir diese Option an. Dadurch werden alle von Kalypso genutzten Dateien im Dateifreigabe-Ordner von iTunes zugänglich gemacht. In diesem Bereich sind jetzt wirklich alle von Kalypso genutzten Dateien zu sehen. Wir wählen nun alle Dateien aus. Und ziehen sie dann auf einen bereitgestellten Ordner. iTunes kopiert nun die Dateien auf deinen Rechner. Ja, das kann schon etwas dauern. Gerade eben haben wir eine Datensicherung auf dem Computer gemacht. Hier sind also alle unsere gesicherten Daten. Und diese kopieren wir jetzt gleich auf dein neues iPad. Dieses ist wieder iTunes auf meinem Rechner. Das neue iPad ist bereits mit einem USB-Kabel verbunden. Wähle es also aus, und danach, lassen wir uns wieder die Dateifreigabe der Apps anzeigen. Kalypso interessiert uns hier natürlich besonders. Dann, öffnen wir den Backup-Ordner, selektieren darin alle Dateien, und ziehen diese schließlich in den Dokumente-Ordner von Kalypso. iTunes kopiert nun die Dateien von deinem Computer, auf dein neues iPad. Als letzten Schritt, schalten wir in Kalypso die Option. Dateien im Dokumenten-Ordner behalten, wieder aus. Diese Option sollte wirklich, nur für ein Backup eingeschaltet sein. Ja, das war's wieder. Und hier die Zusammenfassung. Starte iTunes auf deinem Computer. Verbinde dein iPad über USB, und schalte die Option, Dateien im Dokumenten-Ordner behalten, ein. Selektiere dein iPad und wähle die Anzeige für die Dateienfreigabe. Wenn du eine Datensicherung machen willst, dann wähle alle Dateien im Kalypso-Bereich aus, und ziehe sie auf den Rechner. Für eine Wiederherstellung der Daten, wählst du alle zuvor gesicherten Dateien auf dem Desktop aus und ziehst diese in den Kalypso-Bereich von iTunes. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Aufmerksamkeitplane Vielen Dank.